aber wir endlich auf Platz 17 wieder es ist nicht die Vorstellung wo wir gerne wären das stimmt auf jeden Fall aber naja ja ein Freundschaftsspiel probiere ich jetzt wirklich hier nochmal zu buchen Freundschaftsspiel oder ein Turnier hier machen ja genau so ein kleines Turnier Bremen 2 Großbahndorf oder was weiß ich und Dochtensee in Arssel oder wie das heißt um Chaos ist hin da hätten wir verhandeln 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 Tja dann ist die Sieg Prämie aus eigener Kasse zahlen das ist scheiße Orbeirauf wechselt erster Neuzugang und unsere hat die Union gewinnen hier wirklich gegen Wackenschreide die holen wirklich alles weg war zu es gibt die 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 ist wieder fit, perfekt, Scouting abgeschlossen, ja, Internation, was, Kaplani? Nice, nice, Kaplani ist nominiert für sein Land, das ist sehr gut, so sehr gut für ihn, 3-1-Zahl gewonnen, lang sogar 1-0 hinten, die machen es wenigstens richtig, besser, die liegen 1-0 hinten, in der dritten Minute machen, in der 5. den Ausgleich, in der 34. die Führung und in der 18. erhöhen sie nun mal, das ist ne Mannschaft, Beirauch wechseln zu uns, was ein Glück, Übungsstunde und Wochenablauf, und Kaplani hat ein Tor geschossen, wow, der macht auch nie mehr als 1, kann das? Kann das sein, dass er nie mehr als ein Tor macht? Natürlich, den werde ich natürlich hier aus, äh, Boah, Klant, Du hast gut trainiert? Natürlich! Hast du gut trainiert? Hat Schnelligkeit erreicht, okay, Anpassungsfähig, und, naja, nur Diva. Okay, den würde ich jetzt als Trainingsziel noch ein bisschen, das ist ein rechtes Mittelfeld. Die Ballkontrolle mitnehmen, das Dribbling mitnehmen, und die Flanken auf jeden Fall. Das machen wir gerade hier. Jugendspieler kann da bis auf eine 50, beim Dribbling auf eine 49, und beim Flanken sollte er schon hier eine 60 haben, also, okay, er hat zwar vielleicht jetzt nicht so das Talent, ja, aber, als Jugendspieler solltest du das können. Was, so, neuer Kommentar? Soll ich da gerade reinflattern? Achtung, könnte, ja, ich wollte gerade sagen, könnte gleich laut werden. Na ja, Kommentar. Was, die E-Mail hat keinen Inhalt? Ah, da. Hä? Was ist denn, Lüge? So. Oh! Ach, der Ray schreibt mich gerade an. Ob ich eine Runde Loll mit dem Zocken will. Also, äh, die Tage mal. Und, äh, so. Äh, ich hab geschrieben, ne, keine Zeit, und, und, äh, will mich noch mal bessern, äh, bevor ich gegen dich antrete. Hm. Okay, Kurzpass könnt ihr ja auch jetzt noch mal lernen. Und zwar auf ne, 46 hoch, ja. Das ist erreichbar für ihn. Führungspfragilität, ah, ja, okay. Aber, wie alt ist er? Wie alt ist er? Wie alt ist er? 16. Ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr schon hochkommt. Okay, da wartet was. Zur Einführung. Unser Mauspad. Äh. Weißt du, ich werde um die Zeit, ich betone, an einem Montag, dem 6. Januar, um 22 Uhr, 48, werde ich angeschrieben. Von allen. Aktuell, also. Dumm. Ne Schlüsselanhänger, können wir auch nochmal machen. Das ging letzte Woche ganz gut weg. Die Heimtrikots. Vor allem. Die Heimtrikots. Was tut sich. Oh, das Durchspiel ist wieder auch gut verkauft. Mit 19 Stück Euro. Wer ist es so? Absoluter Liebling. Görlitz. Alles klar. Görlitz ist absolutes Liebling. Absolutes Liebling. Tut mir leid. Deutsche Sprache, schwergesprache. Ja. Die Mannschaft ist... Ja, genau. Kaplani kann hier raus. Obasi kann rein. Da nehme ich jetzt nochmal Lecky mit, auch wenn er jetzt... Auch wenn er ja mit dem Verein aktuell abgeschlossen hat, aber das ist mir gerade scheiße gerade. Das tun wir hier gerade mal schön simulieren. Und zwar per Sofortberechnung. Dankeschön. Und meine Textmodus. Ah, das war gerade verpackt. Sofortberechnung. Geht raus und spielt auch durch Fußball. 3-0. Ach ja, weil die kein Team haben. Ähm. Ja. So kann man sich eigentlich auch Geld cheaten. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin. So kann man sich eigentlich... Ach so, Bremen 3. Die dritte von Bremen. Ach, Bremen hat eine dritte. Äh. Ach, guck doch mal, wie Red Bull Salzburg gleich mal ankommt. Nein. Texera bleibt da. Wow. Wow. Was geht denn mit dem jetzt ab? Trainingsziel. Äh, Ballkontrolle. Ähm. Was brauchst du noch? Flanken. Ach so, Defensiv. Ne, 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 Moment. Defensiv braucht er das nicht. Defensiv braucht er nochmal Tripling. Kurzpass. Langer Pass. Und, äh. Die, ähm. Antritt. Den Antritt. Der soll auf ne. 76. Lange Pässe können auf ne 70. Kurze Pässe auf ne 70. Tripling auf ne 60. Und Ballkontrolle. Auf ne 69. So, das sind wir jetzt mal, was Navi versagt. Äh. Na super, alle Spieler verlieren drei frische Punkte. Äh, Knoten leeren. So, äh. So, äh. Amateurstadion. Gehen wir grad neu ins Amateurstadionrunde. Krampft um jeden Ball. Passt. Yay, gewonnen. Aber ohne Scheiß. So kann man doch auch Geld schieten. What? Koranit? Dynamo Moskau? Äh, von Dynamo Moskau nach Gladbach? Wo auch? Höh. 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 Naja, da bleibt es mir ja schon stecken. Naja, wir sind ja aus dem Defil-Kar-Haus. Ach, nee. So, abbrechen. Oh, mein Rücken. Was? Yay, der kommt zu uns. 49 hat der? Wow. Klasse. Ähm. Wie alt ist denn der 17? Der kommt, der so nicht... Äh, diese Saison schon... Ja, aber erstmal für die zweite. Grundgehalt 42.000, ja. Ein Irländer. Da muss ich jetzt gucken. Ist der... Der wäre... 49.000, wow. Der ist besser Spieler. Ja, da bleibt man ja schon mal. Gutsch. Der Husten, äh... nicht aus. Dann warst du. Dann warst du.